Bei einem Brüsseler Krisentreffen zur Griechenland-Krise hat es erste Annäherungen gegeben. Die Diskussionen werden in den nächsten Tagen weitergehen. Umso mehr man spricht, desto näher kommt man eine Lösung, sagte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras am frühen Donnerstagmorgen in Brüssel. Der linksgerichtete Politiker hatte zuvor mit EU-Kommissionspräsident Jan-Claude Juncker und Eurogruppen Chafirin-Düsselblüm Kompromisslinien im Schuldenstreit ausgelotet. Die Begegnung zwischen Juncker und Tsipras dauerte knapp 5,5 Stunden. Düsselblüm war nicht die ganze Zeit anwesend. Die Kommission sprach von einem guten, konstruktiven Treffen. Ohne einen Kompromiss auf Reformen in Griechenland, dazu gehören auch Privatisierungen, können blockierte Hilfsgelder von insgesamt 7,2 Milliarden Euro nicht fließen. Nachdem Expertenverhandlungen zwischen Geldgebern und Athen wochenlang keine Ergebnisse brachten, nahmen jetzt die Chefs die Griechenland-Krise persönlich in die Hand. Eingebunden sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Franz-Selmy Cédeus Hollande. Tsipras sagte, die Geldgeber hätten gefordert, dass Zusatzrenten abgeschafft werden oder dass die Mehrwertsteuer für die Energie erhöht werde. Das haben wir natürlich abgelehnt. Auf Seiten der Kommission gäbe es aber eine konstruktive Haltung, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das Positive des heutigen Tages ist, dass unsere Gesprächspartner zumindest der Kommission die Absicht haben, dass wir sehr bald zu einer realistischen Einigung kommen. Viel Zeit bleibt Athen angesichts leerer Kassen nicht mehr. Schon am Freitag ist eine Zahlung an den Internationalen Währungsfonds, IWF, in Höhe von 305 Millionen Euro fällig. Im laufenden Monat stehen Zahlungen an den Weltwährungsfonds von insgesamt knapp 1,6 Milliarden Euro an. Athen muss zusätzlich bis monatendefällige Staatsanleihen von gut 5 Milliarden Euro bedienen. Tsipras betonte vor seinem Abflug nach Brüssel, Griechenland habe einen Reformplan vorgelegt, der einen für alle Seiten ehrenhaften Kompromiss ermögliche. Auch die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank, EZB, und der Internationale Währungsfonds, IWF, haben sich auf ein gemeinsames Angebot an Athen verständigt. Beide Vorschläge werden nun abgeglichen Punkt zuvor hatte Tsipras von Brüssel aus mit Kanzlerin Merkel und Präsident Hollande telefoniert. Sie hätten darin übereingestimmt, dass Athen künftig in seinem Staatshaushalt nur niedrige primäre Überschüsse ohne Zinszahlungen für Staatsschulden erwirtschaften müsse, hieß es aus Athen. Dies war eine der Forderungen Athens. In EU-Kreisen war davon die Rede, dass angesichts akuter Geldnot in Athen auch Zwischenlösungen erwogen werden. Alle Optionen legen auf dem Tisch. So könnte es darum gehen, die im Juni fälligen IWF-Kreditraten zusammenzufassen und sie erst am Monatende von Athen zu fordern. Eine andere Möglichkeit sei eine Verlängerung des Ende Juni endenden Hilfsprogramms über den Sommer hinweg. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, SPD, glaubt nicht an einen schnellen Durchbruch. Es wird weder heute noch morgen eine endgültige Lösung geben, sagte er dem Tagesspiegel.